Radio Kärnten Radio Kärnten Heimatklang Einen schönen Mittwochobend, ich begrüße bei mir im Studio den SKU Noggesang, vertreten durch Katharina Tribblnick, grüß dich. Hallo. Und Heidrun Tronegger, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und ihr seid beide Chorleiterinnen vom Noggesang. Ja, das stimmt. Wir machen das zu zweit. Wie, ihr steht zu zweit vorm Chor? Nein, wir wechseln uns da ab. Also jeder macht einmal einen Teil von der Probe. Wir besprechen das durch im Vorhinein, wie wir die Probe gestalten werden. Und einer holtet dann den ersten Teil bis zur Pause und der andere den zweiten Teil. Da werden wir später noch ein bisschen genauer drüber reden. Jetzt aber zunächst steigen wir mal musikalisch ein, denn ihr habt eine neue CD mitgebracht und in diesen neuen Tonträger hören wir jetzt gleich einmal eine. und in diesen neuen Tonträger hören wir jetzt gleich einmal eine. und in diesen neuen Tonträger hören wir jetzt gleich einmal eine. Und leid dir, leid, leid dir, geh allein in ihm zu. Leid dir, leid dir, geh allein in ihm zu. Leid dir, leid, leid, leid dir, geh allein in ihm zu. Leid dir, leid, 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 Und wir schauen uns in dir Und zu ihr, dentro vorher hat dir Ich zieu weiß was'n leicht Wie und zwar holl'es Burt und ich sage ich soll dir prasit Ich war da, sie wird hier über ihn, die sagt, sie wird da, sie wird da, sie die mir für uns weit um ein über den See, über den See. Du siehst nun, wie vor du im See, und jo, 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 und ich Wir wissen, singen zum Wind, in uns an zu vorliegen, in Blüter aufheben, du und wir schauen uns in die Augen, und jo, 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 und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020